Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Geismod Star Wars AP Ich als ST-Captain und wir in der Außenpost angriffen wollen Unsere Zelle ist abgebrannt leider Wo ist das? Die sind so schlimm Die Klangdinger sind aber auch auf den Helm zu sprechen Naja Ist nicht so schön Ach Kannst du mir ein bisschen erklären was hier los ist da schon? Das sieht super aus Eigentlich Da ist die Leiste gelaufen Ne So Wenn ich mal so sagen darf Ne 33 45 Das ist auch nicht schön für uns unser Außenposten So war erbaut haben ist abgebrannt Zumindest das hält ich jetzt aufgrund der Rest steht noch Aber es geht noch Da noch hinten Radio ein bisschen Dann spielt man Musik Vielleicht hätten sie ähm Zelte aufbauen Ähm Sollen die vielleicht nicht so schnell abfackeln Hahahaha Witzig Dankeschön Ich hätte es nicht gemacht Nein Ein Captain Das war natürlich nur ein Titz Kommt man ja nie an ne Sieh ich meine Immerhin hat die Außenposten ja was ja Stand gehalten Das heißt sein Job erfüllt er ja Günter Paul 2334589 an Captain 934595 Ja ich höre sie So ich will dich vom Dienst abmelden 10-4 tun sie das Angelegen die Entschluss noch So meine Herren mit dir zu kämpfen Sir Ebenso Naja das klingt ganz klar Äh ja Für die Teile soll ich meinen weg Ist auch viel jetzt auf einmal ne Wo man so ein bisschen denkt jetzt hier So 1,2,3,4 ist immer davon Mhm Scheiße Ich habe den Heftgeschütz Vorbildung für das Fahrzeug hier Gehen sie deswegen darf ich noch hier in das Heckgeschütz reingehen Alles easy Aber ich glaube die ist jetzt nichts mehr Komm hier raus gehen aus dem Geschütz erstmal Sollt ihr überall wieder das Feuer zu löschen Sollt ihr Höhe Sollt ihr mit deinem Joch Häy Kommische Dinge auf jeden Fall jetzt hier angreifen Äh Cap Stenton Ja Äh Übernehmen sie mal die Kontrolle über den OP Ich bin erst mal äh weg 10-4 ja gefördert ich glaube die quelle des feuers ist teilweise untersamten mit einer richtigen o mein gott hinter uns das ist voll am fernlos das brennt alles ab da stehen da außen post mann zu machen und hat die 50 54 54 das land wenn es ja war wie so ein komischer naja Kann man nix machen. Ich zieh da oben, nix so, ok. Spill ist es, kriegst du es gesichert, führt zu. Die besten von den besten. Das ist ein Problem. Was war das jetzt? Komisch. Ah, neue Kundschaft. Oh, ha. Das Daumenfeuer halten. Ja, aber beeindruckend ist gut. Ja. Lord, Lord. Der Lord ist, man kennt es. Immer diese Masse zu Lord, schrecklich. Schrecklich. Aus mit der Viecher. Oh. 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 Einhaftes Letzten. ich möchte mich jetzt mal auch vom dienst 10 18 bis weiter jetzt sind die nächsten paar das gefällt jetzt genau dann gehen da oben ich freue mich darauf dass ich es war schön erfolgreich